guten abend freunde willkommen zu einer der absolut letzten episoden hier aus istanbul mit einer wunderschönen aussicht verabschiede ich mich mit euch von der city wir haben heute was ganz bestimmtes vor und zwar kebab hand oder street food mal schauen ich guck mal was wir heute finden werden auf jeden fall ist ist dann wohl natürlich dafür bekannt super leckeres essen zu haben und ich habe mich schon die letzten tage ziemlich voll geschlagen ich hoffe euch haben die videos auch gefallen und jetzt gehen wir runter in die city und erkunden das kulinarische istanbul endlich die finale episode ich habe mich richtig darauf gefreut ich glaube das ist meine absolute lieblings episode und ich hoffe euch wird es gefallen wir sehen uns gleich unten in der stadt so friends wir sind gerade am taksim und wie ihr seht gibt es hier nicht nur einen spieß sondern tatsächlich ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn zwölf dreizehn fast 20 dönerspieße die sich hier rund um die uhr drehen und ich würde sagen das ist ein guter spot um sich jetzt ein kebab zu gönnen let's go also wir haben heute hier richtig umsatz weil hier auch noch galatasaray spielt und ich glaube der oder der kollege sehen beide gut aus wir sagen wir können uns so this one is good very good very good okay english very english you're very english you're british english english this grandfather sir really really sir 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 i'm sir too yeah i'm nice to meet you nice thank you i'm learning now you're learning now can i get one small durum please uh beef please 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 good yeah it's good teşekkür uh germany devuschland yeah deutschland grandfather turkish lord interesting turkish lord that's good that's good padişah yani ottaman 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 damn really good abdulhamid really good abdulhamid abdulhamid of course sultan muhammad ha sultan muhammad sultan muhammad sultan muhammad sultan muhammad Okay, 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 that's good. Berlin, Hannover. No, Düsseldorf. 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 Düsseldorf, you know Düsseldorf? No, it's next to Amsterdam. West side. Sortsana, hangi takımı tutuyor? Bayern Münir, Borussia Dortmund? Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, Berlin. Oder Schalke. Schalke? Yes. Düsselistan. Schal? Where are from? Kizilistan. This one, Kizilistan. Asya. Asya side. Asya side. Orijin Türk. He's not Türk. Rum mu karışık, her şey var bunda. Selçuk. Selçuk, bu da Selçuk. Teşekkürler. 120. Yes, yes. Thank you, my friend. Thanks a lot. Yeah, standard way. Let me check. Okay. I'll give you 200. Teşekkürler. 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 I've been here yesterday, really good. It's a good place. Thank you. Today really a lot of people are? Galatasaray? Yes. In Fenerbahçe as well? No. Against Galatasaray. Teslim ettim. Allah'ını teslim ettim. Only Galatasaray against which team? I don't know. I don't know. You don't know? Me too. I don't know too. What did you? Let's... Alanya. 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 You're... What's he means? Beşiktaş. Okay. Beşiktaşi. Best Beşiktaş. Let's try our first durim. A little bit more. Sorta da. Orjinal döner. Alman döneri miymiş? Türk döneri miymiş? Really good. This is orjinal. Germany, Turkish. Which? Germany döner? This is better. Better. Very nice. But... Which one you like more? Turkish döner. Turkish döner. Yeah, it's really good. Very good. It's better meat. Better meat? Yeah. Meat very good. Meat really good. This translate. Yes. This translate. Google translate. Google translate. That's good. Nice to meet Google. Nice to meet Google. What's your name? Osar. Patrick. Patrick. Patrick, yeah. Your name? My name is Furkan. Google? Furkan. Furkan, Google. Shehzade. 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 Shehzade is the son of the Sultan. Ahh. Shehzade. He's the father. Go down. Father, patron, boss. Okay. He's boss. Boss of this. Okay. That's good. He's my cousin. Oh really? Not cousin. Not cousin. He is. He's my cousin. So nice to meet the Sultan's Prince. The Prince. Oh, it's so funny. It's really good. Do you like the Islak burger? Is it good or not? Of course good. Yeah? Yes. Do you want to try it? Maybe later? I don't like that the bread is like soaking, but I'll try. What kind of meat is inside? Meatball. Yes. Not sure. Meatball. Okay. I'll try it. What kind of meat is inside? Meatball. Meatball? Yes. Okay. Meatball. Okay. I'll try it. What does he say? What does he say? What does he say? Translator. Come here. What does he say? Too crazy. Yes. Yes. But it's nice. It's nice. Yeah, guys. It's definitely a good episode. We'll try the Islak burger. Let's see. But the dinner is definitely a good. Well, it's good. What's inside? Fries. Chips. Fries. Tomatoes and pickles. Okay. Pickles are really good. Heavy said my addition to the delivery of your office… You tell him, Valla… They told him gì? Hello. Where is he today? What are you from? Germany, Albania. Düsseldorf. You said what? Düsseldorf. Ora, Düsseldorf? Also, Düsseldorf to watch Joy. Actually, Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Dortmund sehr gut, sehr gut. Munich ist gut. Ich bin nicht gut. Dortmund ist gut. Munich ist Galatasaray. Munich ist gut. Munich ist gut. Dortmund 0, Munich 4. Galatasaray 2, 1. Galatasaray ist gut. Hier sehen Sie? Hier sind wir? Ja, live TV. Ja, gut. 7. Nein, TV ist nicht. TV ist nicht. Radio? TV ist gut, aber... Schifre, schifre. Schifre ist nicht. 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 nis Schifre ist nicht. Schifre ist nicht. Schifre ist nicht in Waldstäd, lieb stein dich. Er les ist nicht. Bew Dead? bin Dead보ult nicht. Du istiktig. Bew til wird antim, nicht gehen ist. Nein, keine Probleme. Sehr lustig. Das ist ein Burger. Wir probieren jetzt mal das erste mal Islak Burger. Schaut euch das mal an. Sieht ein bisschen unangenehm aus. Ein bisschen als wäre er jetzt drei Tage in so einer Soße eingeweicht worden, aber wir probieren es. Spezialität aus Istanbul. Ohne Spaß. Gar nicht mal so schlecht. Hätte ich nicht erwartet. So als hätte man so ein bisschen von einem Chicken Burger die Soße drüber gepackt. Es war sehr weich, aber ein bisschen schlecker. Ja. Approved. Es ist eigentlich wirklich gut. Ich dachte, es wäre so gut. Wie viel ist das? 40. 40? Das ist nicht so viel. Normalerweise. Das ist okay. Ich denke 1.5 Dollar. Wow. So viel passiert hier. So viele Menschen, so viele Länder. Du sprichst. Du sprichst arabisch? Schwe, schwe. Schwe, schwe. Schwe, schwe. Und ein bisschen. Ein bisschen, ein bisschen. Ja. Business arabisch. Englisch, little. Englisch, little. Englisch, schwe, schwe, schwe. Okay. Türkisch, Azad. Okay. German? German? German, no. Okay. Okay. Farsi, Chem, Chem. Hoppa. Wow. Made it to the other side. F***ing crazy traffic. Fast für ein. ein traffic leute geisteskrank ich dachte ich wäre gleich umgefahren oder bleib da bis morgen mittag stehen ich weiß euch ganze stadt ist zu mit polizei heute spielt ja galanzierei crazy was hier los ist okay how much are you once more portion one piece is seven okay i take three please so guys eating some media which is a muscle with the rice the muscle with rice like a late night snack really good actually yeah sorry yes yeah ah wow super good actually really good yeah yeah it's a little bit with cinnamon pretty good next one um late night snack and the last one getting fed by the media seller you're making ice cream ice cream yeah now i got it showman how much are 21 make 25 or yeah thank you actually what is a good uh kokoreach place yeah yeah turkish kokoreach yeah 100 meter yeah this is champion okay this is champion best one best one show me champion 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 okay let's go this maybe maximum 100 meter left okay left side champion champion let's see where we can find good kokoreach champion it's the second time we heard this name so let's go there champion i cannot see it also leute wenn wir kokoreach wollen müssen wir champion aufsuchen ich finde es aber hier irgendwie irgendwie ah jesus there we go and media das habt ihr ja schon in meinem antaglia vlog gesehen das ist sind so ist muschel mit reis und zimt und gewürzen champion champion there we go can i sit down yes yes okay i sit outside yeah it's too hot what do we have here boah i'd have to say i'm so full so ein kokoreach müsste ich mir eigentlich noch mal rein fahren aber ich habe keinen bock mehr auf brot ich glaube ich nehme portion auf den teller oder ich nehme mit brot aber er ist das brot nicht überlegt noch kurz also wir haben hier den hier genommen ich mache kusuk kokoreach grilled sheep meat kokoreach ist tatsächlich sind die innereien von von einem schaf also ich bin gespannt ist wahrscheinlich nicht für jedermann aber wir gucken mal vielleicht wie es gemacht wird let's see how i make kokoreach number one place everyone i ask say champion champion i go go champion yeah okay you're champion kokoreach champion this is my yeah okay ah this is great okay yeah yeah help oh yeah just small 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 half half and quarter half and quarter now small portion medium half and your small quarter yeah quarter 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 too much just try you know interesting place what what is it inside what is it ah from inside yes of course let me film from inside lit you do criat we is jean yes we b they oh so yes yes psychology we can do this das auch? ja 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 und ja perfekt wauw look at this schön Kokorech Schampion 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 danke danke ich gehe nach Kais oh Galatasaray gewinnt heute? ja es ist 1-0 1-0 2-0 2-0 2-0 wirklich? okay gut ich gehe außerhalb 2-0 1 1 1 so da ist unser Kokorech wir haben Chilis ein bisschen Schafsinnereien und Tomaten ein bisschen Brot gar nicht immer so schlecht aus danke jetzt kommt noch ein Tellerchen und wir genießen das jetzt mal das ganze noch einen kurzen Ei rein fahren aber ja soll anscheinend der beste Kokorech sein ich habe bisher nur einmal gegessen hat mir ja nicht so gut gefallen muss ich sagen ist ja auch Geschmackssache aber ja hier vorne haben wir noch ein paar ähm wer ist es? Chilis wir probieren die auch nochmal aber sehr scharf oh mein Gott es ist spicy es ist spicy türkisch türkisch wirklich spicy Leute ich muss sagen das ist der beste Kokorech den ich bisher hatte ah you have Berlin also shop ok interesting so you can come to Berlin as well Kokorech in Berlin also Leute wenn ihr Bock habt könnt ihr sogar in Berlin diesen Kokorech testen Champion äh muss auch echt sagen ich habe in Antalya schon mal Kokorech gegessen hat mir nicht so gut geschmeckt aber der hier ist echt super lecker sehr gut gewürzt so ein bisschen Schafsgeschmack kommt schon durch aber finde ich gar nicht mal so schlecht also Leute wenn ihr auf der Suche seid nach Schafsinnereien und Lust habt mal so richtig geilen Damen zu essen ha 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 dann kommst du Champion in Istanbul oder in Berlin cheers kleine Ayranjörn hier auch am Start by the way kleiner Tipp an euch äh wenn ihr irgendwie im Ausland bezahlen wollt ich nutze immer Revolut ist jetzt keine gesponserte Werbung oder so äh aber da könnt ihr umsonst Geld umtauschen also fähig fähig ja ok 150 ok 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 ja sehr sehr ja 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 jr 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 ja Ja, aber es war ein Freude. Ja, gut zu treffen. Ja, gut zu treffen. Ja, ja. 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 Bist du? Da. ino. offi zuerson. Okay, okay? Yeah. Okay, okay. Too much. Too much price. What is good price for Nergilai? Ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Aber der Preis? Es ist gut, gut. Vielleicht ist der Ortaköy, Bebek. Das ist gut. Vielen Dank. Das ist Süleymaniye. Das ist gut. Das ist gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Was ist passiert? Let's tell him our opinion. The media guy. Okay. Champion really good. Thank you. Champion good. Yeah, it was really good. Best Cockroaches. Media also best. Number one and Cockroaches there. Thank you. Tomorrow I fly home Germany. Germany. Maybe next time I come. I come. Bye bye. Yeah. Yeah guys. Funny guys here on the streets. Hey Leute. So coole Leute hier. Vor allem in den Gassen. Abseits von der Hauptstraße. Weil auf der Hauptstraße die Leute, mit denen kannst du dich nicht unterhalten. Es ist viel zu viel los. Es sind so viele Menschen auf der Straße. Und wenn ihr so ein bisschen abseits geht, dann habt ihr vielleicht die Möglichkeit, coole Konversationen zu führen, euch ein bisschen zu unterhalten. Ich glaube, das ist das, was Reisen auch ausmacht. Ja und jetzt würde ich sagen, entweder Kebab oder Shisha. Beides eigentlich ein guter Plan. Mal schauen. Wir sehen uns gleich. How are you? Pretty good, how are you? Yeah, I'm fine. You're good as well? Can I sit down? Yeah. You have a place? Coffee, shisha, food, beer, wine. Shisha and beer. Shisha and beer. Maybe first tea and shisha and then beer. Yeah. Okay. Here's good. Shisha and tea. Yes. What kind of shisha do you have? Yeah. Okay. Thank you very much. I sit here, yes? Yes, yes, yes. Okay. That's why. Okay, I go for apple shisha. Double apple, one apple. Triple apple. Three apple. No, one apple. One apple is good. Yes, okay. One apple and chai. After one beer. Perfect. The man knows what I like. He 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 he. He he he. He knows what I want. 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 We have apple with chai. Let's go. He knows what I want. And for a cool look. The Galata Turm. He is above the top. He is there somewhere. Friends. Our shisha is here. We have another. We have another chai. And if you are sitting here. und sich die Leute anschaut, die auf der Straße vorbeilaufen. Einige sehen echt aus wie Frankenstein. Ich habe mir sagen lassen, hier wird auch viel so medizinisches Zeug gemacht. Keine Ahnung, Haare, Gesicht. Ich habe letztens gerade eine Frau gesehen, die hat ein Gesicht gehabt. Massaker, Alter. Ich sage es dir, Texas Chainsaw Massaker. Also so, als hätte sie sich ein neues Gesicht gemacht. Richtig krass, so geliftet, ganz crazy. Irgendwie nicht schön, muss man sagen. Warum bleiben die Leute nicht natürlich? Ich weiß es nicht. So, meine Lieben, ich glaube, es ist an der Zeit, die Istanbul-Reiseserie zu beenden. Ich glaube, ich habe einen coolen Spot hier gefunden, direkt auf der Straße von Istanbul. Ihr könnt mich mal wissen lassen, wie euch die Reiseserie gefallen hat. Und dieses rohe Reisefeeling mit dabei zu sein, live. Einfach nur die Kamera drauf halten, mit einer kleinen GoPro zu filmen. Wenn euch das gefallen hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auch wenn euch etwas nicht gefallen hat, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Und ihr könnt mich jetzt wissen lassen, ob wir das weitermachen sollen. Wenn ja, wo vor allem. Ich glaube, es gibt noch ein paar Ecken auf der Welt, die solche rohen Reisemomente auf jeden Fall gut aufnehmen würden. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Reise, Freunde. Und wir sehen uns im nächsten Video vom Airport aus Istanbul. Dann gibt es nämlich der kleine Review zur besten Lounge Europas.